Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind in der roten Wüste immer noch, nachdem es ja in der letzten Aufnahme-Session nicht ganz so gut geklappt hat. Hm, ich könnte neue Wildschweine gebrauchen. Müssen wir uns hier jetzt langsam wappnen? Oh, neue Wildschweinchen. Im Augenblick haben wir Glück und es ist ruhig. Aus der Richtung kommt gar nichts mehr. Wahrscheinlich, weil dort alle Lager tot sind, aber... Oh, hier kommt jetzt wieder was. Das sind aber eher kleine Angriffe, die da kommen. Hm, habe ich das Totem-Upgrade? Ja, habe ich. Gut. Habe ich eigentlich hier das? Ne, ich habe das Feuersturm-Upgrade vergessen. Da würde ich auch sagen, greifen wir von der Richtung aus das Lager an. Hier ist eine Truhe übrigens. Ja, gucken wir mal alles. Ich finde es schön, dass Urias und Alia uns nicht mehr helfen hier. Das ist einfach so da rumstehen. So, die Ruhm ist alles auf, fertig. Das heißt, ihr könnt jetzt Ja gehen. Mirage und Schützen und alles. Okay. Ja gut, jetzt kommen etwas größere Angriffe. Klanbrüder zu mir. Hier. Ein Gegenangriff. Tote in Feinden. Ich reiche Blut. Ja, da kommen wir schon raus. Die meinen es ernst. Zu den Waffen. Ich glaube auch, dass ein paar Totems besser sind als ein Haufen Brander. Weil die Dervische und die Miragen sind wahrscheinlich feuerresistent. Oh. Oh, die rennen da unten lang. Okay. Gut. Ihr holzt hier noch fleißig ab. Können wir in der Ruhmeshalle noch was? Ja. Die Buff. Verbesserung ist fertiggestellt. Verbesserung ist fertiggestellt. Eisen haben wir zum Glück genug, damit wir den Zara... Oh. Oh, die kommen hier oben. Oh, die kommen hier oben. Oh. Ja, da kommen sie. Nein, einer meiner Veteranen ist gefallen. Oh, man verlotten kommt auch in Angriff. Das ist jetzt unschön. Was liegt an? Feind in der Stadt. Mich hat's erwischt. Hm. Zu den Laufen. Ich rieche Blut. Das kommt auch von hier oben wieder jemand. Verteidigt euch. Vorsicht! Clanbrüder zu mir! Zurück, Brüder! Wo sind die Gegner? Achtung! Oh, da kommt ganz schön viel jetzt. Oh, die rennen mal wieder hoch zu meinem Stein. Krieg! Kämpft! Wir sind hier ohne Schutz! Woher? Gut! Greift die da an. Auf mein Zeichen! Mir nach! Oh, da kommt noch mehr. Die meinen es ernst! Komm Titan, wir brauchen dich langsam mal. Jetzt wird's langsam mal wieder etwas so gemütlich. Tod den Feinden! Tod den Feinden! Was liegt an? Die meinen es ernst! Vor allem, ich muss mal gucken. Ich hab grad gesehen, von da drüben werden sie auch gleich wieder kommen. Und wenn es nicht so gemütlich ist, von da drüben werden sie auch gleich wieder ليst. Hab wieder einen Hab den verloren Ja Seht euch vor Krieg Was ist So, mein Titan Ist da Na los Oh, jetzt kommen sie von da unten Geht euch vor Was wollt ihr Ich rieche Blut Krieg Was liegt an Warum habt ihr nicht gerufen So Achtung Ich halte ihn mal ein bisschen hier in Schach Verteidigt euch Was jetzt Das Ding kann ich mal abreißen Gut Kann mir fünf von euch schnappen Und hier oben Neue Holzfällerhütte errichten Ich bin wieder bei 40 Ich hab hier keinen verloren Keinen Wohin Alter Ich hab glaube ich hier ein Liniasammler Ja Ich hab hier ein Liniasammler verloren Und ihr errichtet mir Hier noch ein Schnitterzelt Das ist ein Verfluchter Überfall Wo Wer Was Oh Da war das Wahrscheinlich Ein Büffel Okay Wie sieht's Mit dem Bin ich gerade Auf Maximum Okay Ich hab gerade Wieder Ruhe Gerade so Ich sollte ein Paar Brander wenigstens aufstellen Also ein paar Feuertürme Ich bin noch Ganz schön Angeschlagen Wir sind hier Ohne Schutz Ihr könnt nicht vorbei Wo sonst Nebenrum Was Fällt Euch Vor Hab ich eigentlich In der dunklen Schmiede Ja Hab ich ausgeführt Das Upgrade Und Ich bin noch